Angst ist in keiner Form gerechtfertigt. Lektion 240. Wie ich hier schon immer wieder mal erwähnt habe, war Angst lange Zeit mein intimster Begleiter, möchte ich sagen, fast zu meinem Freund geworden, denn auf diese konnte ich mich verlassen, denn ich hatte in jeder Situation Angst. Ich war so von Angst durchdrungen, dass ich, ja egal, wenn ich zum Briefkasten ging, waren wieder irgendwelche Briefe, mit denen ich nicht umgehen konnte. Wenn ich irgendwelchen Personen begegnete, hatte ich Angst, irgendwelche Telefongespräche durchzuführen. Ich hatte Angst, ich war durchdrungen von Angst, auch wenn meine äußerliche Erscheinung dies nicht hergab, denn ich hatte ja Techniken und Ablenkungsmanöver, um dies nicht deutlich zu machen, damit es versteckt wird. Aber ich glaube, man konnte es mir doch ansehen, dass ich voller Angst war. Und dann kam diese Lektion immer wieder und ja, Angst ist in keiner Form gerechtfertigt. Ja, ich habe das gerne glauben wollen und die Lektion eigentlich letztendlich umgangen, weil ich damit auch mit dieser Aussage nicht umgehen konnte. Wie kann Jesus so etwas sagen? Wenn der mich kennen würde, dann würde er verstehen, dass meine Angst doch gerechtfertigt ist. Und dann habe ich versucht, die Angst aufzugeben. Ich dachte, ja klar, dann muss ich halt die Angst aufgeben, aber ich wusste nicht wie, wie macht man so etwas. Etwas aufzugeben ist wieder unserer Natur, bis ich das verstanden habe. Gewalt aufzugeben ist wieder unserer Natur. Zu Lügen aufzugeben ist wieder unserer Natur. Verlogenheit aufzugeben ist wieder unserer Natur. Etwas zu erlangen, das ist das Prinzip des Lebens. Und das ist unserer Natur gemäß, etwas zu erlangen. Und bis ich das verstanden habe, hat es ein bisschen gedauert. Denn dann musste ich nichts mehr aufgeben. Ich musste die Angst nicht mehr aufgeben. Und das war für mich extrem hilfreich, denn das Ego hat mir natürlich gesagt, ja gut, jetzt müssen wir diese Lektion anschauen und dann müssen wir die Angst aufgeben und dann wird alles gut. Es hat nicht funktioniert. Also an erster Stelle, etwas aufzugeben ist wieder unserer Natur. Ja, ich muss aufhören, Alkohol zu trinken. Ich muss meine Sucht bezüglich, egal was, aufgeben. Es ist wieder unserer Natur. Ich muss, und dann noch, ich muss mein Urteilen aufgeben. Und schon fühle ich mich wieder schuldig, weil ich es wieder nicht geschafft habe. Ah, ich muss meine Schuld aufgeben. Der ganze Kurs, wenn wir ihn falsch verstehen, ist durchdrungen von der Idee, ich muss irgendetwas aufgeben. Das ist ein falsches Denken. Das ist das, wie gesagt, das Ego ist ständig bestrebt, mit uns den Kurs zu lernen. Und es sagt uns ja, dann geben wir halt die Angst auf, dann geben wir unsere Verlogenheit auf, wir geben unsere Streitzucht auf, wir geben unsere Urteile auf. Es funktioniert nicht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Aber wenn wir verstehen, was unsere Natur ist, etwas zu erlangen, das ist das Prinzip des Lebens, dann können wir auf eine ganz andere Art und Weise auf die Dinge schauen. Wenn wir, sobald wir etwas Höheres erlangen, verliert das Niedere, zum Beispiel die Angst oder unsere Streitzucht, die verliert sich von selbst. Das ist das Wunder. Und wenn das Höhere erlangt wird, wenn das Höhere erlangt wird, verschwindet das Niedere. Ganz automatisch. Und wenn das Höhere erlangt wird, macht ihm das Niedere Platz. Das Niedere geht. Und wenn wir nach dem Höheren streben, nach der Höheren Ordnung, dann wird die Finsternis schwinden. Stell dir mal vor, du bist bei einem Freund eingeladen zum Abendessen. Und es hat schon begonnen zu dämmern. Und ihr trefft euch, setzt euch hin, trinkt vielleicht noch etwas und dann wollt ihr zusammen etwas essen. Und es wird immer dunkler und dunkler. Und plötzlich steht der Freund auf und beginnt die Dunkelheit anzuschreien. Sie soll verschwinden. Plötzlich kämpft er gegen die Dunkelheit. Sie soll verschwinden. Plötzlich streitet er und macht und tut. Und du denkst, wow, was ist denn das für ein verrückter? Puh, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass der so abgedreht ist. Und der Freund kämpft und macht und tut. Und er springt in der Luft herum wie ein Wahnsinniger. Er will die Dunkelheit vertreiben. Er will die Angst vertreiben. Er will den Schmerz vertreiben. All das ist Dunkelheit. Er will die Verlogenheit vertreiben. Er will die Urteilssucht vertreiben. All das ist die Dunkelheit. Und du staunst, welche komischen Dinge er macht und fragst ihn dann, hey, was machst du denn? Komm, wir wollten doch Abendessen. Was ist denn los mit dir? Und er sagt, die Dunkelheit soll verschwinden. Ich halte das nicht mehr aus. Es ist so feuchtbar hier. Schau doch mal, wie dunkel es ist. Und so können wir ja nicht zusammen feiern und essen. Und der ganze Abend ist wieder versaut, weil es dunkel wird. Und du sagst ihm, ja komm, da ist doch ein Lichtschalter. Wir schalten das Licht wieder an. Und er sagt, nein. Ich habe mich so sehr an diese Dunkelheit gewöhnt. Ich möchte sie nicht aufgeben. Und so staunst du weiter und schaust deinem Freund verdutzt an. Und wie kann man sich nur so verhalten? Genau so verhalten wir uns. Solange wir der Angst beziehungsweise der Dunkelheit und all unserer Geschichten, wo wir denken, wir sind, wir werden nicht geliebt, wir müssen noch mehr tun, um geliebt zu werden, wir Entschuldigung, wir ja, wir müssen dies und jenes noch tun, um etwas Besonderes zu erreichen. Hiervor müssen wir uns schützen, weil das ist gefährlich. Und so weiter und so fort. So verhalten wir uns wie der Freund von dir. Und die wenigsten machen den Lichtschalter an. Den Lichtschalter anzumachen bedeutet, die Dunkelheit ist verschwunden. Das gewohnte Umfeld löst sich auf. Es ist nicht mehr verfügbar. Die höhere Ebene wurde erreicht. Wir haben der höheren Ebene durch die Praxis der Vergebung ein Ja gegeben. Das Niedere wird verschwinden, wenn das Höhere erreicht ist. Und wenn das Licht da ist, weicht die Finsternis. Das ist offensichtlich. Denn die Dunkelheit hat aus sich heraus keine Macht. Es ist die Abwesenheit von Licht. Und solange wir natürlich die Abwesenheit von Licht bevorzugen, kann das Licht ja, muss das Licht warten, bis wir es einschalten. Und musst du wissen, wie der Strom in deiner Wohnung funktioniert, in deinem Haus? Musst du wissen, wer die Leitungen verlegt hat? Musst du wissen, wie irgendetwas geht? Nein, du musst nur wissen, wo der Lichtschalter ist und wie man ihn betätigt. Und schon kommt Licht in diese Wohnung und schon kommt Licht in deinen Geist. Und dann wirst du mit Leichtigkeit feststellen, dass Angst in keiner Form gerechtfertigt ist. Und dass wir nichts aufgeben müssen. Du kannst dein Urteil, denn deine Urteilssucht kannst du nicht aufgeben. Und das ist ein Prinzip, das habe ich jahrelang ja, nicht verstanden. Denn ich habe dem Ego geglaubt, das gesagt hat, ja, jetzt müssen wir alles aufgeben. Alles. Es muss alles aufgegeben werden. Nichts hat funktioniert. Meine Dunkelheit wurde nur noch größer, weil ich den Kurs studiert habe und mit der Idee, das schaffe ich ja nie. Das kriege ich ja nie hin. Gucke, ich urteile immer noch. Gucke, ich bin immer noch in Angst. Gucke, ich mache immer noch dieses und jenes, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Gibt nichts mehr auf. Erlange das, was deiner Natur entspricht. Erlange die höhere Ordnung. Jeder Mensch ist danach bestrebt, etwas zu erlangen. Jedes Tier ist danach bestrebt, etwas zu erlangen. Jeder strebt nach einer höheren Ordnung. Und so hat es bei mir funktioniert. Die Angst ist hier der Fremde, weil ich dem Licht die Möglichkeit gebe, in meinem Geist zu leuchten. Und so kannst du alles heranziehen. Auch die Idee, ich muss abnehmen oder ich muss zunehmen, ich muss größer, schöner, irgendetwas werden. Ich muss dies aufgeben damit. Lass es. Lass alles. Lass alle Dinge so sein, wie sie sind. Und strebe nach der höheren Ordnung. Dann wird das Ego die Macht über deinen Geist verlieren, über dein Denken verlieren. Mach nur noch das. Und du bist glücklich. Und du bist glücklich. Das ist die Geistesschulung. Und die Geistesschulung führt dich immer ins Glück. Ein gewalttätiger Mensch zum Beispiel, der weiß auch, dass diese Gewalt, die er da immer wieder an den Tag bringt, dass dies nicht förderlich ist für ihn und seine Umwelt. Und dann sagt er sich auch immer wieder, ich muss die Gewalt aufgeben. Ich möchte diese Therapie machen und hier noch eine neue Forschungsergebnisse, wie man Gewalt unterdrückt. Es hilft nichts. Aber sobald er sich, ich möchte sagen, dem Licht der Liebe zuwendet, wird die Gewalt aus seinem Geist schwinden. Heile du meine auf Angst basierenden Gedanken. Mit diesen Worten bin ich dann jede Situation, die mich in Angst versetzte, habe ich diese Worte benutzt. Wenn ich zum Briefkasten ging, und irgendwelche gelben Briefe erwartete, habe ich diese Worte gesprochen. Heile du meine auf Angst basierenden Gedanken in dieser Situation. Wenn ich an mein Auto dachte, ob es die nächsten Kilometer noch schafft, heile du meine auf Angst basierenden Gedanken in dieser Situation. Wenn ich an meine Tochter dachte, an meine Beziehung, an meine Finanzen, an die Zukunft, an die Vergangenheit, heile du meine auf Angst basierenden Gedanken in dieser Situation. Das ist das Streben nach einer höheren Ordnung. Und dieses Streben, das wird deinen Geist von jeglicher Angst befreien. Denn Angst ist Täuschung. Und das Ego ist der große Täuscher. Es tut es nicht. Das Ego tut dies nicht aus Bösartigkeit, denn es möchte dir tatsächlich dich vor Gefahr schützen. Es tut dieses und jenes und sagt dir dieses und jenes und hier müssen wir wieder vorsichtig sein. Und schon sind wir wieder in Angst. Der Ego-Verstand ist eine sehr hilfreiche Sache, damit wir hier in diesem Traum-Dasein gut über die Runden kommen. Es hilft uns, bei Rot an der Ampel stehen zu bleiben. Ist oft hilfreich. Mir hilft es. Mir hat es schon oft geholfen, bei Rot an der Ampel stehen zu bleiben. oder wenn grün wird, loszulaufen oder loszufahren und die Verkehrsregeln zu kennen. Aber der Ego-Verstand kennt die Verkehrsregeln des allumfassenden Lebens nicht. Denn Angst gehört nicht dazu. Und wir sind hier, um diese heute aufzugeben. Wir streben nach einer höheren Ordnung, und die wir erlangen können. Und wir müssen wissen, dass die Dunkelheit den Platz nicht von selber räumt. Zuerst kommt das Licht und dann verschwindet die Dunkelheit. Solange wir jedoch noch gegen die Dunkelheit kämpfen, indem wir versuchen, sie in unserem Geist zu unterdrücken, solange wir versuchen, irgendeine Angst zu unterdrücken, irgendwelche Sorgen oder irgendwelche Krankheiten, und solange hat die Angst natürlich alle Möglichkeiten, uns die dementsprechenden Dinge zu suggerieren. Und wir glauben dies dann tatsächlich. Und es ist ein Wunder, wenn ich jetzt so hier darüber spreche, es ist wirklich ein Wunder, dass Angst in keiner Form gerechtfertigt ist. Und dass ich dir dies heute trotz meiner interessanten Biografie, wenn man das so sagen darf, davon sehr deutlich sprechen kann. Und wenn du heute diese Worte hörst, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, meinetwegen dies nochmals anzuhören, dem zu folgen, dem dein Gehör zu schenken, deine ganze Aufmerksamkeit, damit du verstehst, wie du der Angst oder wie du die Dunkelheit vertreibst. Sei nicht mehr wie der verrückte Freund, der die Dunkelheit anschreit, gegen sie kämpft und doch nichts erreicht. Die Dunkelheit weicht nicht von selbst. Wir brauchen das Licht. Und dieses Licht möchte in uns geweckt werden. Durch, aus meiner Perspektive, durch diesen universellen Lehrplan, den wir Einkurs in Wundern nennen. Und so überprüfe ich jetzt gerade, ob sich, wo die Angst ist, es scheint noch etwas da zu sein, bemerke ich jetzt gerade, es ist noch die Angst um den Körper. Da scheinen noch ein paar Fetzen der Angst zu sein, denn das ist natürlich die letzte Bastion des Egos, denn die Körperidentifikation vollständig vollständig aufzugeben bedeutet vollständig erwacht zu sein. Die persönlichen Strukturen aufzugeben bedeutet vollends im Licht zu sein. Und so lehre ich und so lehre ich weiter, um es noch in mir mehr zu vertiefen, sodass wir gemeinsam uns daran erinnern, dass wir keine Körper sind, dass wir freier Geist, dass wir Licht sind. Und ich danke Jesus für jede Lektion, die er uns hier gibt. Und ich danke Jesus, dass ich diese Worte durch ihn sprechen darf, durch ihn, der weiß, was Freiheit bedeutet, durch ihn, der weiß, dass Angst niemals gerechtfertigt ist und das hat er uns in extremen Situationen gezeigt. Angst ist Täuschung. Sie bezeugt, dass du dich so gesehen hast, wie du nie sein könntest und daher auf eine Welt schaust, die unmöglich ist. Nicht ein Ding dieser Welt ist wahr. Die Form spielt keine Rolle, in welcher es erscheinen mag. Es legt nur Zeugnis ab für deine eigenen Illusionen über dich. Wir wollen heute uns nicht täuschen. Wir sind die Söhne Gottes. Keine Angst ist in uns, denn wir sind jeder ein Teil der Liebe selbst. Wir wollen uns nicht mehr weiter täuschen. Stelle dir mal die Frage, wie fühlt es sich an, wenn ich vollständig frei von Angst bin? wie fühlt es sich an, wenn ich vollständig frei von Angst in dieser Situation bin. Da kannst du heranziehen, was du willst. Gehe in dieses Gefühl hinein, sodass du für einen kurzen Zeitraum ein Gefühl dafür bekommst, wie sich das anfühlt, vollkommen frei von Angst zu sein bezüglich einer Situation. Und dann bekommst du ein Gespür dafür, dass Angst tatsächlich nicht gerechtfertigt ist. Dann verschwindet die Dunkelheit und dann endet der Kampf gegen irgendetwas, was wir uns so ausgesucht haben. Angst ist Täuschung. Sie bezeugt, dass wir uns so gesehen haben, wie wir nie sein konnten. Ein Körper. Denn alle Angst bezieht sich auf den Körper. Du hast nicht Angst um deine Eltern. Du hast Angst um deinen Körper. Du hast nicht Angst vor einem finanziellen Ruin oder vor Beziehungsstress oder dass dich jemand verlässt. Du hast Angst um deinen Körper. Und wer Angst um seinen Körper hat, der möchte das Licht nicht einschalten. Der kämpft gegen die Dunkelheit und versucht natürlich durch die ein oder anderen Erlebnisse, die er sich so hinzufügt, diese Angst nicht zu bemerken. Viel Geschäft, viel Arbeit ist sehr hilfreich, um Angst nicht zu bemerken, ach, ich habe so viel zu tun, ich habe eine 70-Stunden-Woche intellektuell verstört, möchte man sagen. Ich muss so viel arbeiten, weil ich das Haus, das ist nicht natürlich. Es ist nicht natürlich so viele Dinge tun zu müssen und mit irgendwelchen Ausreden bestückt. Letztendlich dreht sich es immer nur darum, die Angst nicht zu bemerken. Alle Angst dreht sich um deinen Körper. Ich habe Angst, dass meinen Kindern was passiert. Es ist die Angst um deinen Körper. Oh, mein Partner ist so krank, ich habe Angst, dass da noch etwas sich anderes entwickelt. Es ist die Angst um deinen Körper. Es sind die Schatten Geflüster, die die Dunkelheit weiterhin aufrechterhalten. Siehst du, wir müssen alles umdrehen, um zu verstehen, wie sehr wir und uns ständig in Angst halten. Ja, ich habe Angst um den Krieg in es ist die Angst um deinen Körper. Alles dreht sich nur um dich. Es dreht sich nicht um deine Kinder. Rede dir da nichts mehr ein. Es dreht sich nicht um deinen Partner, ob er dich verlässt oder bleibt oder immer noch da ist. Es dreht sich um die Angst um deinen Körper. Es dreht sich nicht um die Angst in der Zukunft oder um deine Finanzen. Es ist dein Körper. Und das ist die zentrale Aussage des Egos, das du natürlich nicht bemerken sollst. Und deshalb spricht Jesus im Kurs im Wundern so deutlich darüber, dass wir keine Körper sind. Und du siehst, unser ganzes Leben, unser ganzes Dasein ist genau auf den Körper aufgebaut. Also lassen wir uns heute nicht mehr täuschen. Wir wollen das Licht einladen. Wir beenden den Kampf. Wir legen unsere Ritterrüstungen ab. Wir legen unsere Schwerter ab. Wir legen unsere Maßnahmen ab, von denen wir geglaubt haben, dass wir dadurch glücklicher sind oder besser leben wie jemand anderen. Wie jemand anderes. ist ja lächerlich. Ich habe mehr Geld, deshalb geht es mir besser. Welch eine jämmerliche Aussage, welch eine unwürdige Aussage, welch eine Täuschung. Heile du heute all diese Gedanken in meinem Geist. Heiliger Geist, Geist. Heile du all den Irrsinn, heile du all die Konflikte, heile du all den Wahnsinn und all die Dunkelheit, die ich gemacht habe in meinem Geist. Danke für diese Heilung, denn ich möchte heute nur noch in diesem Gefühl sein, in der Liebe und in der Erfahrung, dass Angst niemals existiert hat. Sie wurde durch meinen Eigenwillen erzeugt. Wie lächerlich ist es doch, diesen Eigenwillen immer wieder zum Ausdruck zu bringen, ich habe Angst hier, ich habe Angst da, das macht mir Angst, dieses macht mir Angst. Hier, wie bedürftig ist doch dieses Dasein. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deiner Realität. Achte heute auf dein Denken, denn sie werden heute zur Realität. Sei achtsam, denn du bist es wert. jetzt die vollständige Liebe, die du bist. Und wir sprechen von vollständig, diese vollständige Liebe, die du bist, zu erinnern. und wir bist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020